Theaterbühne oder Hörspielstudio? Sowohl als auch. Hörspielstudio. Hörspielstudio. Kaffee oder Tee? Tee. Kaffee. Tee. Erst Müsli oder erst Milch? Müsli. Erst Müsli. Keines von beiden. Kröschkuchen oder Schokokuchen? Beides nicht. Kirschkuchen. Schokokuchen. Podcast oder Buch? Buch. 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 Süßes oder salziges Popcorn? Keines von beiden. Salzig. Salzig. Im Urlaub am Strand oder in den Bergen? Am Strand. Berge. Strand. Held oder Schurke? Beides. Schurke. Beides. Dialekt oder Hochdeutsch? Beides. Dialekt. Hochdeutsch. Frühaufsteher oder Langschläfer? Nichts von beiden. Langschläfer. Langschläfer. oder Couch? Couch. Frühling oder Herbst? Frühling. Krimi oder Thriller? Thriller. Selbst kochen oder essen gehen? Beides. Viel. E-Mail oder Brief? E-Mail. Buch oder E-Book? Buch. Klassisch oder modern? Modern. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Pizza oder Pasta? Gute Frage. Pizza. Handgeschrieben oder getippt? Getippt. Gummibärchen. 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 Vielen Dank.